Der kreidebleiche Soldat Seit langer Zeit drängt mich mein Freund Watson, eines meiner Erlebnisse selbst niederzuschreiben. Ich habe schon öfters Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, wie oberflächlich seine Chroniken sind, und ihm vorzuwerfen, dass er sich allzu sehr nach dem Geschmack des Publikums richtet, anstatt sich strikt an Tatsachen und Ziffern zu halten. Ach, versuch's doch selbst, Homs, hat er mir erwidert. Und ja, ich muss zugeben, dass ich bald selbst dahinter kam, wie wichtig es ist, die Geschichten möglichst schmackhaft zu präsentieren. Übrigens, da gerade von meinem alten Freund und Biografen die Rede ist, möchte ich nicht verfehlen, Folgendes festzustellen. Wenn ich mich bei meinen kleinen Nachforschungen mit einem Begleiter belaste, so ist das weder Gefühlsduselei noch pure Laune. Watson besitzt gewisse bemerkenswerte Eigenschaften, auf die er in seiner bescheidenen Art und in seiner, na ja, übertriebenen Hochachtung vor meiner Leistung selten hinweist. Die einzig egoistische Handlung, deren ich mich aus unserer gemeinsamen Zeit erinnere, war eigentlich, dass er mich verließ, um zu heiraten. Du bist also von meiner Neuigkeit nicht übermäßig begeistert, Homs? Ich gestehe, mein lieber Watson, das ist eine Überraschung für mich und keine ausgesprochen erfreuliche. Aber, Homs, die Tatsache, dass meine Braut mir angeboten hat, mich in einer bescheidenen Praxis im Western zu etablieren, hindert uns doch kaum an der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit. Ein Ehemann braucht doch nicht gleich alle seine früheren Interessen aufzugeben, oder? Ach, Watson, ich kann nur sagen, für jemanden, der in vier Kontinenten Erfahrungen mit Frauen gesammelt haben will, kommt mir deine Einstellung erstaunlich naiv vor. Warten wir es ab, Watson, warten wir es ab. Meinem Notizbuch entnehme ich, dass ich gerade um diese Zeit, Januar 1903, kurz nach dem Ende des Burenkrieges, den Besuch von Mr. James M. Dodd erhielt. Ich habe die Angewohnheit, mich mit dem Rücken zum Fenster zu setzen und meinen Besuch auf dem gegenüberstehenden Sessel Platz nehmen zu lassen, wo ihm das Licht voll ins Gesicht fällt. Da Mr. James M. Dodd etwas unschlüssig schien, wie er das Gespräch beginnen sollte, teilte ich ihm einige meiner Beobachtungen mit. Sie kommen aus Südafrika, Mr. Dodd, wie ich sehe. Stimmt. Und sind als Freiwilliger gegangen, würde ich sagen. Stimmt auch. Zu den Mittel-Sex-Husaren. Mr. Holmes, Sie sind ein Magier. Wenn ein kräftig aussehender Herr mein Zimmer betritt, der so sonnengebräunt ist, wie er es hier in England nie werden könnte und sein Taschentuch im Ärmel anstattender Tasche trägt, dann ist es nicht schwer zu erraten. Sie tragen einen gestutzten Bart, können also kein aktiver Soldat sein. Ihre Figur verrät den Reiter. Ihrer Visitenkarte entnehme ich, dass Sie Börsenmakler in der Victoria Street sind. Welches Regiment außer den Mittel-Sex-Husaren wäre also für Sie in Frage gekommen? Ihnen entgeht offensichtlich nichts. Ich sehe nicht mehr als Sie, aber ich habe mich dazu erzogen, auch genau zu bemerken, was ich sehe. Sie sind doch gewiss heute Morgen nicht hierher gekommen, um sich mit mir über die Kunst der Beobachtung zu unterhalten, Mr. Dodd. Was ist passiert in Tuxbury Old Park? Aber Mr. Holmes... Die Adresse stand auf dem Briefkopf, ja? Und da Sie die Verabredung als äußerst dringend hinstellten, besteht kein Zweifel, dass irgendetwas Wichtiges und Unaufschiebbares während Ihres Besuches dort vorgefallen sein muss. Und nachdem ich den Brief an Sie geschrieben hatte, Mr. Holmes, ist noch mehr passiert. Wenn Oberst Emsworth mir nicht die Tür gewiesen hätte... Die Tür gewiesen? Ach, vielleicht wären Sie so gut, Mr. Dodd, mir zu erklären, um was es hier eigentlich geht. Verzeihen Sie, ich habe ihn mir schon eingebildet. Sie wüssten alles, bevor man es Ihnen sagt. Aber ich werde Ihnen die Tatsachen erzählen. Hoffentlich können Sie mir dann sagen, was Sie zu bedeuten haben. Ich bin gespannt. Oberst Emsworth ist, wie Sie sich vielleicht erinnern, der Mann, der im Krimkrieg das Viktoriakreuz verliehen bekam. Als ich mich im Jahre 1901 freiwillig zur Armee meldete, trat sein einziger Sohn, der junge Godfrey, derselben Schwadron bei. Der feinste junge Mann, dem er je begegnet ist. Der Soldat steckte ihm im Blut. Wir zwei freundeten uns an, so eng, wie man es nur tut, wenn man viel zusammen durchmacht und alle Freuden und Leiden teilt. Durch ein ganzes Kriegsjahr hindurch waren wir unzertrennlich, in schweren wie in guten Tagen. Dann wurde er vor Pretoria durch einen Schuss aus einer Großwildbüchse verwundet. Ich erhielt einen Brief von ihm aus einem Lazarett in Kapstadt, einen zweiten aus Southampton. Und seither kein Wort mehr. Nicht ein einziges Wort von meinem besten Kameraden, Mr. Holmes, seit über sechs Monaten. Und dann? Als der Krieg vorbei war und wir alle wieder nach England zurückkamen, schrieb ich seinem Vater und bat ihn um Godfreys Adresse. Keine Antwort. Ich wartete eine Zeit lang und schrieb noch einmal. Aber diesmal bekam ich eine Antwort, kurz und grob. Gottfrey befände sich auf einer Weltreise und wurde frühestens in einem Jahr zurückerwartet. Ehrlich gesagt, Mr. Holmes, das erschien mir nicht recht glaubhaft. Es sah Gottfrey gar nicht ähnlich, einen alten Freund so einfach fallen zu lassen. Nein, dabei wollte ich es nicht bewenden lassen. Und? Was haben Sie getan? Zunächst musste ich einmal meine persönlichen Angelegenheiten in Ordnung bringen. Das dauerte einige Zeit, sodass ich erst diese Woche dazu kam, etwas zu unternehmen. Als erstes fuhr ich in seine alte Wohnung nach Tuxbury Old Park. Ich musste von der Bahnstation beinahe acht Kilometer zu Fuß laufen und kam erst bei Einbruch der Dunkelheit an. Immerhin, als ich dann dem alten Butler den Grund meines Kommens erklärt hatte, führte er mich nach kurzem Warten in Oberst Eimsburgs Arbeitszimmer. Der Oberst empfing mich hinter seinem Schreibtisch sitzend. Was haben Sie hier zu suchen, Mr. Dodd? Wie ich bereits in meinem Brief erwähnt habe, Herr Oberst, kenne ich Ihren Sohn Gottfrey aus Südafrika. Ja, ja, habe ich gelesen. Aber das kann jeder behaupten. Ich habe hier in der Tasche die Briefe, die er mir geschrieben hat. Ja, lassen Sie mal sehen. Wir waren eng befreundet, Herr Oberst. Finden Sie es nicht ganz natürlich, dass mich sein plötzliche Schweigen wundert und dass ich wissen möchte, was aus ihm geworden ist? Das habe ich Ihnen ja bereits schriftlich erklärt, oder etwa nicht. Mein Sohn ist auf einer Weltreise. Als Folge des Burenfeldzugs war seine Gesundheit so schlecht, dass ich der Ansicht war, er benötige Ruhe und Luftveränderung. Seien Sie so gut und geben Sie diese Erklärung auch an seine anderen Freunde weiter, falls sie sich dafür interessieren. Gewiss. Aber vielleicht wären Sie so gut, mir den Namen des Schiffes und der Schifffahrtslinie mitzuteilen. Auf diese Weise kann ich doch sicher einen Brief an Ihnen gelangen lassen. Sind Sie immer so verdammt hartnäckig, Mr. Dodd. Ihr dauerndes Drängen grenzt fast an Unverschämtheiten. Dann müssen Sie den Grund in meiner Freundschaft zu Ihrem Sohn suchen. Eben, Mr. Dodd. Ich habe auch aus diesem Grund alle Nachsicht walten lassen. Ich muss Sie aber jetzt bitten, diese Nachforschungen einzustellen. Und warum, Herr Oberst, warum? Jede Familie hat ihre privaten Angelegenheiten und ihre privaten Gründe. Außenstehende können das nicht immer verstehen. Selbst wenn Sie mit besten Absichten kommen. Ich muss Sie bitten, sich jetzt und in Zukunft nicht weiter einzumischen. Aber da Sie eine lange Fahrt hinter sich haben, können Sie meinetwegen die Nacht hier bleiben. Ralf, mein Butler, wird sich um Sie kümmern. Gegessen wird um 8 Uhr. Herein. Entschuldigen Sie, Sir. Ich wollte nur noch etwas Kohle für Ihren Kamin bringen. Bitter kalt heute Abend. Danke, Ralf. So. Brauchen Sie noch etwas heute Abend, Sir? Nein, vielen Dank. Ich brauche nichts mehr. Ach doch, ja, einen Augenblick, bitte. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Ja, Sir? Sie sind wohl schon lange hier im Dienst. Ja, Sir. Ich und meine Frau. Dann kennen Sie den jungen Herrn auch schon seit vielen Jahren. Herrn Gottfried? Liebe Goethe, ja. Meine Frau war seine Amme. Man könnte beinahe sagen, ich bin sein Pflegevater. Tatsächlich? Na, dann kann ich Ihnen versichern, Sie wären beide stolz gewesen, wenn Sie ihn im Burenkrieg gesehen hätten. Er hat sich gut geschlagen, Sir. Ja, das habe ich gehört. Der Mutigste im ganzen Regiment. Einmal hat er mich direkt unter dem Feuer der Buren zurückgebracht. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht mehr hier. Ja, Sir, das sieht dem jungen Herrn ähnlich. Mut? Oh, es gibt im ganzen Park keinen Baum, auf den er nicht geklettert ist. Nicht aufzuhalten. Er war ein ganzer Kerl schon als Junge, das kann man sagen. Und er war auch ein ganzer Kerl als Mann. Wahr? Sie sagen immer wahr. Erklären Sie mir endlich, was soll die ganze Geheimnistuerei? Was ist aus Gottfried Emsworth geworden? Wie meinen Sie das? Ich weiß von nichts. Da müssen Sie den Herrn Oberst fragen. Ich kann Ihnen nichts sagen. Lassen Sie mich los, Sir. Ich bitte Sie. Jetzt hören Sie mal gut zu. Sie werden mir meine Frage beantworten, bevor Sie dieses Zimmer verlassen. Und wenn ich Sie die ganze Nacht festhalten muss, ist Gottfried Emsworth tot. Ich wünschte, er wäre es, Sir. Ich wünschte zu Gott, er wäre es. Danach konnte es eigentlich nur eine Auslegung geben, Mr. Holmes. Mein armer Freund war offensichtlich in irgendetwas Kriminelles verwickelt. Oder zumindest etwas Anrüchiges, das die Ehre der Familie berührte. Der Oberst, sein strenger Vater, hatte ihn außer Landes geschickt, aus Angst, dass Kandal könne ans Licht kommen. Das jedenfalls war mein erster Eindruck. Ihr Problem hört sich interessant an, Mr. Dodd. Aber bitte fahren Sie fort. Nachdem der Butler das Zimmer verlassen hatte, muss ich wohl einige Zeit in Gedanken verloren stehen geblieben sein. Dann brachte mich irgendetwas dazu, aufzusehen. Und da fiel mein Blick auf Gottfried Emsworth. War er im Zimmer? Nein. Er stand vor dem Fenster und sah mich durch die Scheibe an. Mein Zimmer lag im Parterre und ich hatte den Vorhang nicht zugezogen. Er war kreidebleich. Ich hatte noch nie einen Menschen mit einem so weißen Gesicht gesehen. So müssen Gespenster aussehen, stelle ich mir vor. Aber sein Blick traf den meinen und es waren die Augen eines lebenden Menschen. Hat er ihnen irgendein Zeichen gegeben? Sobald er merkte, dass ich ihn erkannt hatte, sprang er in die Finsternis zurück. Mr. Holmes, an diesem Mann war irgendetwas Entsetzliches. Nicht nur dieses gespenstische Gesicht. Es war irgendetwas Kriecherisches und Verstohlenes, etwas Schuldbewusstes. Es lief mir kalt über den Rücken. Trotzdem darf ich wohl annehmen, dass ein Soldat, der sich jahrelang mit den Buren herumgeschlagen hat, gute Nerven besitzt und schnell zu handeln gewohnt ist. Das tat ich. Gottfried war kaum verschwunden, da war ich schon durchs Fenster gesprungen. Ich rannte den Gartenpfad entlang in der Richtung, die ich ihn hatte fortlaufen sehen. Ich hatte auch das Gefühl, es bewege sich etwas vor mir. Ich rief ihm nach, aber ohne Ergebnis. Am Ende des Pfades zweigten verschiedene Wege in allen Richtungen zu Stallungen und so weiter ab. Aber während ich noch überlegte, hörte ich genau das Geräusch einer ins Schloss fallenden Tür. Und zwar nicht hinter mir, vom Haus her, es war irgendwo vor mir, im Dunkeln. In diesem Augenblick wusste ich Mr. Holmes, dass ich kein Gespenst gesehen hatte. Sie glauben, er ist vor Ihnen davongelaufen und hat eine Türe hinter sich geschlossen? Dessen bin ich sicher. Und dann? Dann, Mr. Dodd, was haben Sie dann unternommen? Was konnte ich noch tun? Ich verbrachte eine schlaflose Nacht mit ununterbrochenem Grübeln und suchte mir eine Theorie zu bilden, die auf die Tatsachen passte. Am nächsten Morgen war der Oberst etwas versöhnlicher. Eine zufällige Bemerkung seiner Frau über die Sehenswürdigkeiten dagegen gab mir die Gelegenheit zu fragen, ob ich noch eine Nacht bleiben dürfte. Etwas widerstrebend willigte er ein. Damit hatten Sie einen ganzen Tag vor sich, um Beobachtungen anzustellen. Ja, ich wollte mir unbedingt den Garten genauer ansehen, in der Hoffnung, dort etwas zu entdecken. Ich fand mehrere Stallungen und Scheunen und nur am Ende des Gartens ein etwas größeres Gebäude. Schwere Vorhänge hingen vor den Fenstern. Ich fragte mich, ob hier vielleicht die von mir gehörte Tür ins Schloss gefallen sei. Ich schlenderte wie von ungefähr auf das Gartenhaus zu und in diesem Augenblick kam ein kleiner, bärtiger Mann mit schwarzem Mantel und Melone aus der Tür. Er schloss sorgfältig hinter sich ab. Dann starrte er mich etwas überrascht an. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie, sind Sie zu Besuch hier? Ja, mein Name ist Dodd, James M. Dodd. So. Ich bin ein Kriegskamerad von Mr. Godfrey Emsworth. Ich hoffte ihn hier zu finden. Schade, dass er gerade auf Reisen ist. Er hätte sich sicher gefreut, Sie zu sehen, Mr. Dodd. Auf Reisen? Ja, auf Reisen. Ich hoffe, Sie wiederholen Ihren Besuch zu einem günstigeren Zeitpunkt. Guten Tag. Er ging weiter, aber als ich mich umdrehte, bemerkte ich, dass er halb verdeckt hinter einigen Lorbeerbüschen am anderen Ende des Gartens stehen geblieben war, um mich zu beobachten, ja? Ich ging in mein Zimmer zurück und wartete auf den Abend. Soweit sich alle für die Nacht zurückgezogen hatten und es dunkel geworden war, stieg ich aus dem Fenster und begab mich so leise wie möglich zu dem rätselhaften Gebäude. Die Vorhänge waren immer noch vorgezogen, aber jetzt waren auch die Läden zu. Trotzdem fiel an einer Stelle ein kleiner Lichtstrahl nach außen, sodass ich ins Zimmer sehen konnte. Dort saß der kleine Mann, den ich am Morgen bereits getroffen hatte, er rauchte seine Pfeife und las eine Zeitung. Ich versuchte weiter hineinzusehen, aber in diesem Augenblick... Sie sind also zum Spion geworden, wie? Oberst Amsworth, ich... Bitte kommen Sie sofort mit mir ins Haus zurück. Morgen früh, 8.30 Uhr, fährt der nächste Zug nach London. Ein Wagen wird es um 8 Uhr zur Bahn bringen. Herr Oberst, darf ich mich... Jede Diskussion ist überflüssig. Sie haben sich einer höchst verwerflichen Einmischung in die Privatangelegenheiten meiner Familie schuldig gemacht. Sie wurden als Gast aufgenommen. Haben das ausgenutzt, um zu spionieren. Es gibt nichts weiter zu sagen, Mr. Dort, und ich habe auch nicht den Wunsch, Sie jemals wiederzusehen. Wie Sie meinen, Oberst Amsworth, ich möchte nur noch erwähnen, dass ich Ihren Sohn gesehen habe. Und ich bin überzeugt, Sie versuchen, ihn aus irgendeinem Grunde zu verbergen. Ich habe keine Ahnung, mit welcher Absicht Sie ihn in dieser Weise von der Welt abschneiden. Aber ich warne Sie, Herr Oberst... Was erlauben Sie sich? Ich warne Sie. Ich werde erst dann davon Abstand nehmen, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen, wenn ich von der Sicherheit und dem Wohlbefinden meines Freundes völlig überzeugt bin. Unverschämtert. Und ich werde mich durch nichts, was Sie tun oder sagen können, abschrecken lassen. Sie werden sofort von hier... Tätlich angegriffen hat er mich nicht. Aber es blieb mir nichts anderes übrig, als den für mich vorgesehenen Zug früh 8.30 Uhr zu nehmen, nachdem ich Ihnen, Mr. Holmes, noch schnell geschrieben hatte. Und die Dienerschaft, Mr. Dort, wie viele Dienstboten waren im Haus? So viel ich weiß, lediglich der alte Butler und seine Frau. Die Familie des Obersten lebt anscheinend sehr einfach... In dem alleinstehenden Gebäude im Garten haben Sie also keine Dienstboten bemerkt? Nein, es sei denn, der kleine Mann mit dem Bart betätigte sich in dieser Eigenschaft. Aber so kam er mir eigentlich nicht vor. Sie erlauben, dass ich mir meine Pfeife anstecke. Oh, bitte. Okay. Sie erzählten mir doch, Sie hätten ihn am Kamin sitzen und eine Zeitung lesen sehen. Welche Zeitung war das? Was kann denn das ausmachen? Es könnte entscheidend sein. Tja, ich habe sie mir wirklich nicht so genau angesehen. Können Sie sagen, ob es sich um eine Zeitung normaler Größe oder ein kleineres Format handelte, wie es die Wochenblätter allgemein haben? Jetzt, wo Sie es sagen, fällt mir ein, dass es kein sehr großes Blatt war. Aber auf solche Einzelheiten habe ich im Moment kaum geachtet. Na schön. Ist Ihnen aufgefallen, dass von irgendjemand in das Gartengebäude Essen gebracht wurde? Ich habe lediglich den alten Ralf mit einem Korb in die Richtung gehen sehen. Dass er Essen bringen könnte, daran hatte ich im Augenblick nicht gedacht. Haben Sie sich auch im Ort erkundigt? Ich sprach mit dem Bahnvorsteher und dem Wirt. Ich fragte sie, ob sie etwas von meinem alten Kameraden Godfrey Amswas wüssten. Aber beide versicherten mir, er sei auf einer Weltreise. Von Ihrem Argwohner erwähnten Sie nichts. Nein, kein Wort. Trotzdem sagen Sie, Sie hätten das Gesicht Ihres Freundes ganz deutlich am Fenster gesehen. So deutlich, dass Sie seiner Identität sicher sind. Ohne den mindesten Zweifel, das Licht der Lampe fiel direkt auf ihn. Er hätte es nicht jemand sein können, der ihm ähnelt. Nein, Mr. Holmes, er war es. Aber er war sehr verändert. Nur die Farbe seines Gesichtes. Es war, tja, wie soll ich das beschreiben? Es war so weiß wie der Bauch eines Fisches. Wie gebleicht. Das ganze Gesicht. Ja, das vielleicht nicht. Deutlich sah ich nur die Stirn, weil er sie gegen das Fenster drückte. Gut, Mr. Dodd, ich fahre mit Ihnen nach Tuxbury Old Park. Wann? Im Augenblick muss ich noch eine andere Sache zu Ende führen. Außerdem habe ich einen recht wichtigen Auftrag des türkischen Sultans auszuführen. Sagen wir, Anfang nächster Woche. Ich bin jederzeit bereit, Mr. Holmes. Übrigens, ich werde einen alten Freund bitten, uns zu begleiten. Möglicherweise könnte seine Anwesenheit ganz nutzlos sein. Andererseits könnte er uns äußerst wichtig werden. Aber damit brauchen wir uns im Augenblick nicht näher zu befassen. Die Erzählungen meines Freundes Watson haben zweifellos gezeigt, dass ich nicht gern viele Worte verschwende oder meine Gedanken verrate, solange ein Fall noch nicht abgeschlossen ist. Hier hatte ich mir bereits meine Meinung gebildet. Als wir in der folgenden Woche bei dem merkwürdigen, alten, lang hingezogenen Landhaus ankamen, bat ich den älteren Freund, der uns begleitet hatte, im Wagen zu warten. Ich hatte ihn dort nicht vorgestellt, worüber dieser zwar überrascht war, aber keine Fragen stellte. Der alte Butler Ralf öffnete uns die Haustür. Er trug die übliche Kleidung, einen schwarzen Rock, aber mit einem merkwürdigen Unterschied. Er hatte braune Lederhandschuhe an. Sobald er uns sah, zog er sie umständlich aus und legte sie auf den Tisch in der Diele. Wie Watson manchmal bemerkt hatte, besitze ich außergewöhnlich scharfe Sinne und sofort fiel mir ein schwacher, aber durchdringender Geruch auf. Ich ließ wie durcher Zufall meinen Hut fallen und brachte beim Aufheben meine Nase ganz nah an die Handschuhe. Ein Eichenacht hier. Teergleicher Geruch entstieg ihnen. Jetzt war mir der Fall völlig klar. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, Mr. Dodd und Mr. Sherlock Holmes möchten Sie sprechen. Herr Oberst? Wer zum Teufel hat ihn... Guten Tag. Ja, was soll das bedeuten? Mr. Dodd, habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich Ihr Gesicht nicht mehr zu sehen wünsche, Sie verdammter Schnüffler? Mr. Holmes, ich kenne Ihren schamlosen Beruf und ich rate Ihnen, Ihre sogenannten Talente anderswo auszuüben, wo Sie besser am Platz sind. Ich kann dieses Haus nicht verlassen, bis ich von Godfrey selbst gehört habe, dass er nicht gewaltsam festgehalten wird. Ralf, rufen Sie sofort die Ortspolizei an und bitten Sie den Inspektor, zwei von seinen Leuten herzuschicken. Sagen Sie ihm, wir hätten einen Einbrecher im Haus. Ein Augenblick. Es ist Ihnen doch klar, Mr. Dodd, dass Oberst Emsworth sachlich im Recht ist. Wir sind ohne jede Befugnis hier im Hause. Andererseits sollte er anerkennen, dass Ihre Handlungsweise lediglich der Sorge um seinen Sohn entspringt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Oberst Emsworth, falls er mir erlaubt, fünf Minuten mit ihm allein zu sprechen, seine Einstellung ändert. Ralf, worauf warten Sie noch? Rufen Sie die Polizei an, habe ich gesagt. Ich bin schon im Begriff. Warten Sie, Herr Oberst, jede Einmischung der Polizei würde genau die Katastrophe herbeiführen, die Sie befürchten. Verlassen Sie sofort mein Haus. Beide. Oberst Emsworth, lassen Sie mich nur ein Wort auf eine Seite in mein Notizbuch schreiben. Bitte sehr. Hier. Ja, bitte lesen Sie das, dann wissen Sie, warum wir hier sind. Geben Sie her. Woher, woher wissen Sie das? Es gehört zu meinem Beruf, alles Mögliche zu wissen. Mr. Holmes, Sie haben mich in eine Zwangslage getrieben. Falls Sie Godfrey zu sehen wünschen, steht es Ihnen frei. Aber auf Ihre Verantwortung, meine Herren. Mr. Holmes, was hat es zu bedeuten? Das werden Sie gleich sehen, Mr. Dodd. Ralf? Yes, Sir? Gehen Sie zum Gartenhaus und sagen Sie, Mr. Godfrey und Mr. Kent, dass wir in ein paar Minuten dort sein werden. Jawohl, Sir. Godfrey, alter Junge... Rühre mich nicht an, Jimmy. Nicht näher kommen. Warum? Was? Ja, du staunst. Jetzt sehe ich kaum mehr schick genug aus für die Schwadronen. Was? Was ist passiert? Was sind das für weiße Flecken auf deiner Haut? Weshalb empfange ich keinen Besuch mehr. Aber du hast mir ja keine Wahl gelassen. Ich kam hierher, um festzustellen, ob dir irgendetwas zugestoßen sei. Als du an dem Abend an meinem Fenster standst... Der alte Ralf sagte mir, du seist hier. Ich konnte nicht anders. Ich wollte dich wenigstens einen Augenblick sehen. Nachdem du davon gelaufen warst, musste ich die Wahrheit über dich herausbekommen. Ich bat Mr. Sherlock Holmes um seine Hilfe. Mr. Sherlock Holmes? Ach. Na ja, warum soll nicht auch Sie meine Geschichte hören? Ich bitte Sie sehr darum, Mr. Godfrey Amsworth. Es dauert nicht lange. Erinnerst du dich noch an das Gefecht vor Pretoria, Jimmy? Am Bahndamm? Du weißt doch, dass ich an dem Morgen verwundert wurde. Ja, davon habe ich erfahren, aber ohne Einzelheiten. Drei von uns waren versprengt. Baldi Simpson, Anderson und ich. Die anderen beiden fielen. Ich bekam eine Kugel aus einer Großwildbüchse in die Schulter. Ich hielt mich jedoch auf meinem Pferd und galoppierte noch einige Meilen weiter, bevor ich ohnmächtig zu Boden glitt. Als ich wieder zu mir kam, war es Nacht und eisig kalt. Jimmy, weißt du noch, wie schrecklich kalt es abends werden konnte? Und ab zum Affrieren. Glücklicherweise sah ich in der Nähe ein Haus. Ich musste es unbedingt erreichen. Das war meine einzige Hoffnung. Ich erinnere mich auch noch vage, wie ich mich dorthin geschleppt habe. Ich kam in einen großen Saal mit vielen Betten. Ich erreichte das erste und brach darauf zusammen. Glück gehabt. Meinst du? Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir, als sei ich aus einer Welt der Vernunft in einen Albtraum geraten. Direkt vor mir stand eine zwergartige Gestalt mit einem riesigen, zwiebelförmigen Kopf. Er leilte holländische Brocken und fuchtelte mit den Händen in der Luft herum. Seine Hände waren wie, wie abscheuliche braune Schwämme. Scher große Gott. Hinter ihm standen noch andere und beobachteten mich. Als ich sie näher betrachtete, wurde mir klar, dass nicht einer von ihnen normal war. Alle verkrüppelt, aufgequollen oder irgendwie entstellt. Und wie sie über mich lachten. Oh, das habe ich immer noch in den Ohren. Gottfried, du warst im Delirium? Ja, das dachte ich im ersten Augenblick auch. Aber dann versuchte dieses kleine Biest, mich mit seinen widerlichen, verkrüppelten Händen vom Bett zu zerren. Meine Wunde fing wieder an zu bluten, aber er ließ nicht locker. Und er war stark, wie ein Ochse. Ich weiß nicht, was er vorhatte, aber plötzlich kam ein älterer Mann ins Zimmer und schrie auf holländisch einen Befehl. Da entfernte sich das kleine Ungetüm. Der ältere Mann sprach mich schließlich auf Englisch an. Ich bin Arzt, sagte er, Ihre Schulter braucht dringend Pflege. Aber wie kommen Sie hierher, Mensch? Wissen Sie denn nicht, wo Sie sind? Ein Lazarett? fragte ich. Ja, sagte er. Das Lazarett für Aussätzige. Und Sie liegen auf dem Bett eines... Leprakranken. Jetzt kennen Sie die Wahrheit, Mr. Dodd. Gottfried, soll das heißen, dass du... Dank dem raschen Vormarsch der britischen Truppen war ich bereits innerhalb einer Woche im Feld Lanzarett Pretoria. Von meiner Schulter abgesehen, war anscheinend alles in Ordnung. Erst als sie mich wieder nach England transportiert hatten, zeigten sich diese entsetzlichen Flecken auf meinem Gesicht. Da wusste ich, dass ich nicht entkommen war. Was blieb mir also übrig, Mr. Dodd? Wir hatten zwei Dienstboten, auf die voller Verlass war. Und wir hatten dieses Gartenhaus, wo er leben konnte. Mr. Kent hier ist Arzt und erklärte sich, bereit zu bleiben und meinen Sohn im Geheimen zu pflegen. Ja, aber warum im Geheimen, im Krankenhaus hätte er doch... Verstehen Sie denn nicht? Dann wäre Gottfried für Lebzeiten von seinen Mitmenschen abgeschnitten worden. Das ganze Leben unter Fremden verbringen. Ohne Hoffnung auf Entlassung. Selbst hier auf dem Land, wenn jemand davon erfahren hätte, dann wäre uns weggenommen worden. Tja, Jimmy, nicht einmal du durftest davon wissen. Nur eines verstehe ich nicht. Warum wurde jetzt nachgegeben? Gottfried. Mr. Sherlock Holmes hat mich gezwungen. Mit diesem Stück Papier. Er schrieb nur ein Wort darauf. Lepra. Und da wurde mir klar, dass er zu viel wusste, um über den Rest in Unkenntnis zu bleiben. Oberst Emsworth, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben nur Sie, Mr. Kent, den Kranken untersucht und gepflegt. Mr. Kent, darf ich Sie fragen, ob Sie Spezialist für tropische oder subtropische Krankheiten sind? Nein. Ich weiß, was jeder Mediziner weiß. Ohne Zweifel, Mr. Kent, sind Sie ein erfahrener Arzt. Aber Sie werden mir doch sicher beipflichten, dass in einem derartigen Fall eine zweite Diagnose sehr wertvoll sein könnte. Ja, aber damit hätte man uns zwingen können, ihn isolieren zu lassen. Auch daran habe ich gedacht. Und deshalb habe ich einen Freund mitgebracht, auf dessen Diskretion wir uns absolut verlassen können. Ich habe ihm einmal in Ausübung meines Berufs seinen Gefallen tun können, und er ist bereit, seine Meinung als Freund und nicht als Facharzt abzugeben. Sein Name ist Sir James Saunders. Saunders? Der bekannte Spezialist? Er befindet sich im Wagen vor der Haustür. Seine Meinung ist mir sehr wertvoll. Gut, dann werden wir ihn darum bitten. Inzwischen, Oberst Emsworth, begeben wir uns vielleicht am besten in Ihr Arbeitszimmer, dann kann ich Ihnen erklären, wie ich zu meinen Schlussfolgerungen gekommen bin. Leb wohl, Gottfried. Tja, Oberst Emsworth, ich gehe regelmäßig von einer Hypothese aus. Sobald man das Unmögliche ausgeschieden hat, muss das, was übrig bleibt, selbst wenn es noch so unwahrscheinlich klingt, die Wahrheit sein. Im vorliegenden Fall, so wie er mir zunächst von Mr. Dodd vorgetragen wurde, gab es drei mögliche Erklärungen für die Isolierung oder Einsperrung Ihres Hansones. Entweder er musste sich wegen eines Verbrechens verborgen halten oder er war verrückt und sollte nicht in ein Irrenhaus gebracht werden, oder aber er hatte sich eine Krankheit zugezogen, die völlige Isolierung erforderte. Andere mögliche Erklärungen konnte ich nicht finden. Die Lösung, dass es sich um ein Verbrechen handelte, war nicht stichhaltig. Kein ungesündes Verbrechen war aus dieser Gegend gemeldet worden. Hätte es sich um ein noch unentdecktes Verbrechen gehandelt, dann wäre es doch gewiss im Interesse der Familie gewesen, den Übeltäter ins Ausland zu schicken und nicht ihn hier verborgen zu halten. Wahnsinn war naheliegend da. Wie kamen Sie auf Wahnsinn? Die Anwesenheit einer zweiten Person in dem Gartenhaus ließ auf einen Wärter schließen. Die Tatsache, dass er beim Verlassen des Hauses die Türe hinter sich zusperrte, verstärkte diese Vermutung. Andererseits konnte der Betreffende nicht unter strengem Gewahrsam sein, sonst hätte er kaum entkommen können, um einen Blick auf seinen Freund zu werfen. Sie erinnern sich doch gewiss, Mr. Dodd, wie ich mich sorgfältig nach all diesen Anhaltspunkten erkundigte. Genau, zum Beispiel, dass Sie mich fragten, welche Zeitung Mr. Kent gelesen habe. Ja, wäre es ein medizinisches Blatt gewesen, so hätte mir das wesentlich weiter geholfen. Es ist jedoch durchaus nicht rechtswidrig, einen Wahnsinnigen in einem Privathaus festzuhalten, solange ein ausgebildeter Pflegeanwesen und die Behörde verständigt worden ist. Warum also dieser verzweifelte Versuch, die Sache geheim zu halten? Sie waren also wieder ohne stichhaltige Theorie? Es blieb mir nur die dritte Möglichkeit. Und so selten und unwahrscheinlich sie auch scheinen mochte, alles passte zusammen. Lepra ist in Südafrika nicht unbekannt. Das Weißwerden der Haut ist ein häufiges Symptom der Krankheit. Durch irgendeinen außergewöhnlichen Zufall konnte der junge Mann sich diese Krankheit zugezogen, und damit seine Familien eine entsetzliche Lage gebracht haben. Natürlich würde sie ihn, wenn irgend möglich, vor der Isolierung zu bewahren wünschen. Äußerste Geheimhaltung wäre notwendig, aber nach Einbruch der Dunkelheit, da könnte man ihm eine gewisse Bewegungsfreiheit einräumen. Ein selbstloser Mediziner, der ihn pflegen würde, wäre bei genügender Bezahlung wohl zu finden. Sie hielten also diese Erklärung für die wahrscheinlichste? Für so wahrscheinlich, dass ich beschloss vorzugehen, als sei sie bereits erwiesen. Meine letzten Zweifel schwanden, als ich bei meiner Ankunft hier feststellte, dass die Handschuhe, in denen der Butler vermutlich die Mahlzeiten hinüberbringt, mit einem starken Desinfektionsmittel getränkt waren. Ein Wort, Herr Oberst, schnell hingekritzelt, auf eine Seite meines Notizbuches genügte dann, um Ihnen zu zeigen, dass mir Ihr Geheimnis bekannt war. Ja. Ja, jetzt verstehe ich es. Aber sagen Sie mir, Mr. Holmes, warum haben Sie das Wort geschrieben, anstatt es auszusprechen? Ich wollte Ihnen beweisen, dass Sie sich auf meine Diskretion verlassen können. Das dachte ich mir. Und darum entschloss ich mich auch sofort, Ihnen alles zu sagen. Da kommt Sir James. Also, Sir James, lassen Sie uns das Schlimmste hören. Meine Herren, mir fehlt leider allzu oft die Pflicht, zu schlechte Nachrichten zu überbringen und nur selten gute. Diesmal ist meine Lage glücklicher, Oberst Emsworth. Es handelt sich nicht um Lepra. Nein. Was ist es dann, Sir James? Ja, ein evidenter Fall vom Pseudo-Lepra. Ich Diosis. Das ist eine schuppenartige Hautreizung. Hässlich, schwer loszuwerden, aber möglicherweise heilbar und auf jeden Fall nicht ansteckend. Gott sei Dank. Gedankt. Aber fand es er, es sich durch Kontakt mit diesem Aussätzigen zugezogen hat? Aber nein, das hat er nicht. Es war ein Zufall. Ja, eigenartig. Aber ein reiner Zufall. Zufall, mein Lieber Sir James. Könnte nicht die Furcht, die dieser junge Mann seit seinem entsetzlichen Erlebnis durchgemacht haben muss, eine physische Reaktion hervorgerufen haben, die gerade dem ähnelt, was er am meisten fürchtete? Ist es nicht vorstellbar, dass hier Einflüsse am Werk sind, von denen wir sehr, sehr wenig wissen? Und jetzt an dieser Stelle fehlt mir mein Freund Watson. Durch geschickte Fragen und bewundernde Ausrufe hätte er meine einfache Kunst in ein magisches Werk verwandeln können. Ein Verbündeter, der unsere Schlussfolgerungen und unsere Handlungsweise bereits voraussieht, ist nur gefährlich. Aber einer, für den jede neue Entwicklung immer wieder eine Überraschung bedeutet, dem die Zukunft ein Buch mit vielen Siegeln ist, der ist in der Tat der ideale Helfer. Naja, wollen wir hoffen, dass seine Ehe ihn nicht völlig verändert. Musik Der Kreidebleiche Soldat Alexander Kerst Oberst Emsworth Werner Hessenland Gottfrey Sein Sohn Michael Rehberg Sir James Saunders Ulrich Volkmar Mr. Kent Panos Panadopoulos Ralf der Butler Fritz Rasp Musik Peter Zvetkow Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Irmgard Ringseisen Assistenz Richard Rupprecht Regie Heinz-Günter Stamm Musik 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 Musik